Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Rundbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Günther, der YouTuber Story. In der letzten Folge haben wir endlich die Hauptstory... Oh, endlich, wir hatten letztes Mal die dritte Folge! Wir haben die Hauptstory begonnen. Und es ist bereits einiges passiert. Von irgendeinem Typen, den wir nicht genau kennen, wurde der Sohn vom Blitz getroffen. Ein anderer Typ, den wir nicht kennen, hat ihm gezeigt, wie er ihn vielleicht wieder zurückholen kann, weil er nicht mehr aufwacht. Wir waren in der Welt von PND2, in der Mark und Schillast waren, die jetzt von da gerade getrennt wurden. Es ist schwer, es zu erklären. Guckt es euch an, wenn ihr es verpasst habt. Und jetzt geht es weiter. In der Zwischenzeit in einem Labor. Bei meinem Problem erwacht er ja auf. Kapsel Nummer 3 wird geöffnet. Er schließt die Tore, er darf nicht entkommen. Wo bin ich und was ist passiert? Warum sind hier so viele Leute gekapselt? Ich sollte vielleicht hier... Du willst schon gehen? Was wollt ihr von mir? Wir wollen gar nichts von dir. Aber ich verrate dir eins. Äh, verrate mir eins. Glaubst du daran, dass es Pokémon gibt? Ja, natürlich. Warum hätte ich es sonst? Wo ist mein Retter-Team-Mord? Den habe ich von Hydrope gehabt. Der hat nie existiert. Genau wie dein Freund. Alles Virtual Reality. Was? Ich weiß, es ist sehr schwer zu verkraften, aber sie ist positiv. Du kannst nach Hause gehen. Wollt ihr mich nur gehen lassen, wenn ich denke, dass Pokémon nicht real sind? Da fordert es einen Test. Tut mir leid, ich glaube immer noch, dass es Pokémon gibt. Meine Verbindung mit Hydrope ist zu speziell. Wie du willst. Glaub einfach nur weiter dran. Hier siehst du eh die Wahrheit. Also, was ist ein Erinnerung, Veränderer? Gut, aber beantworte mir noch eine Frage. Warum habe ich mich für so eine Simulation entschieden? Denn ich wusste, dass es meine ganze Erinnerung löscht. Weil es dein Geburtstagsgeschenk war. Bin ich wirklich so blöd und mach sowas? Nee, so dumm kann selbst ich nicht sein. Okay, danke für das Geburtstagsgeschenk. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Warum ist diese Kapsel 8 Kilometer lagen? Das war knapp. Fast hätte herausgefunden, dass alles, was er dort erlebt hat, wirklich passiert ist. Und wir sind nur falsche Erinnerungen. Aber es ist auch der einzige Weg, damit er aufwachen kann. Keine Sorge, so und bald sind alle Pokémon ausgerottet. Dann kannst du endlich wieder aufwachen. Aus der Bahn! Au, warum hast du es so eilig? Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Er wird mir eh nicht glauben. Am besten teste ich ihn. Ich bin von einem Haus voller Verrückten geflohen. Und was machst du gerade? Wow. Das war ein schneller Sinneswandel. Da vorne ist mein Haus. Und warum meinst du, dort unten wäre ein Irrenhaus? Meinst du, dass ich sei irre? Nein, am besten sage ich ihm die Wahrheit. Dort unten ist ein Labor, wo mit Menschen experimentiert wird. So dass du glaubst, alle Erinnerungen, die du mit Pokémon lebst, sind nicht echt. Du meinst, wir experimentieren mit Erinnerungen, damit wir glauben, Pokémon sind nicht real. Genau, sie wollen uns glauben lassen, dass das alles hier Fantasy ist. So was Dummes habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber ich glaub dir. Naiv in einem Satz. Wie auch immer, ich muss weiter. Danke, dass Sie mir glauben, Dragon. Woher weiß der jetzt, wie der heißt? Dieser Typ muss wohl von der Irrenanstande ausgebrochen sein. Oh, wer hat denn meinen Briebkasten wieder zerstört? Warte mal, was passiert hier? Typ, der immer SIR sagt. Oh. Hey, du da, alles okay? Ja, ich denke, mir geht's gut. Habe ich was am Mund? Ein Mensch, so einem bin ich noch nie begegnet. Nein, nein, ich freue mich nur zum ersten Mal, einen richtigen Menschen zu sehen. Du bist seltsam. Ich wusste nicht, dass du ein Mensch... Warte, ich bin Mensch? Ich bin Pokémon und kein Mensch. Das war genau alles, was ich wissen musste. Hä? Aua. Sie hatten recht, diese Pokémon-Dimension existiert. Wirklich, was machen wir jetzt? Dieses Wissen darf niemand erfahren. Wir müssen versuchen, es zu eliminieren. Okay, Sir. Ah, also es ist wirklich wahr, was Genji gesagt hat. Pokémon existieren. Ich muss mehr Infos kriegen. Leute, wir haben ein neues Versuchskaninchen-Strandsehen. Den Kektar. Fragezeichen-Man und Chillast wurden in die Maschine reingeworten. Das ist ein richtiges Pokémon. Wie ist das nur möglich? Egal. Bringen wir es um. Okay, Sir. Ich hole dir... 100.000 Stromstöße... Den 100.000 Stromstöße-Generator aus dem Keller. Hab ich natürlich auch einen bei mir im Keller. Ich mein... Götze Standard-Ausrüstung. Analyse von Mark. 100%. Lecker, diese Finsternis. Die gibt's auch bei mir in der Dönerbude. Kauft sie. Schmeckt echt gut, kann der Virus bestätigen. Wow, das ist echt schneller als bei den anderen. Wahnsinn, warum nur? Time Paradox, Baby. Dieser Virus ist seltsam. Hallo. Ich möchte dich nicht nerven wie der Baum. Deswegen will ich jetzt wissen, wie du aussiehst. Wo bin ich? Äh, hier. Seid besser raus, bevor er aufwacht. Sorry, ich bin schon, warum hab alles gehört. Und noch was? Was willst du hier? Ich bin hier, weil ich keine Ahnung hab, wie ich hier reingekommen bin. Dann bist du ein Dieb. Die haben keine Ahnung, was sie machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kein Dieb bin. Okay, chillt. Vielleicht ist ja der Tag, an dem ich mein Pokémon kriege. Und du holst mich damit gerade noch rechtzeitig aus dem Bett. Was? Warte kurz, ich schau in meinen Terminkalender. Oh, zufällig ist genau heute der Tag, an dem er sein Pokémon kriegt. Und wir haben ihn gerade rechtzeitig aus dem Bett bekommen. Wer hätte das nur gedacht? Jetzt kann ich kurz nachdenken, was passiert ist. Währenddessen, bleib chillast. So, wir haben's geschafft. Er müsste tot sein. Alles klar. Aua. Ich fühl mich, als wäre ich durch, ähm... Mann, diese Zahlen! Einige Elektroschocks, der ja halt worden. Wo bin ich hier? Oh, jetzt sind wir hier. Günther Optical Lost. Nö. Wo bin ich hier? Anscheinend bin ich wieder ein Pokémon. War das vorher ein Traum? Ist das jetzt der Ort aus Pokémon Günther The Broken Story? Egal, ich sollte Mark suchen. Ich denke, das ist der Ort. Das heißt, wir sind wirklich an derselben Stelle. Es wird vermutlich, ähm, dann übernommene Story-Aspekte geben. Rennen kann ich leider nicht. Was ich nicht frage, diese Höhle war irgendwie komisch, das weiß ich nur. Konnte man hier überhaupt rein im Original? Niemand wird unsere geheime Höhle finden. Lass uns hier im Tunnel graben. Moin, Moin, Bucky. Puh. Bist du sicher, dass uns hier niemand findet? Nein! Zum Glück habe ich das gerade gefunden. Route 300. Mann, dieses Mädchen ist aber stark. Stör uns nicht! Seid ihr dumm, warum kämpft ihr? Es ist gut zum Trainieren, man wird stärker und man versteht sich mit seinem Trainer. Was ist ein Trainer? Der Hässliche da hinter mir. Der hört sich scheiße an. Nee, es gibt auch Trainer, die ihr Pokémon nie einsperren. Wir werden stärker und besser. Ah ja. Stör mich nicht! Hallo. Ich hoffe, er setzt mich im nächsten Move ein. Ich glaube, sie versteht mich nicht. Das ist ihr Problem. Ich sage mal so, ich kann mir hier keine neuen Pokémon holen, deswegen. Sie sagten mir, ich kann euch ein Starter-Pokémon fangen. Ja, da vorne. Ich glaube, die reden über mich. Bist du sicher, dass du es fangen kannst? Das ist sehr selten. Kein Problem. Schau zu und lerne. Hallo. Ich werde dich fangen. Wieder Hansa. Den kennen wir ja schon. Dark Hansa. Nutzt Hydrogen. Ah, es gibt wieder die Shadow-Pokémon. Das ist nicht so schön. Die sind stark. Das sind halt Krypto-Pokémon. Das ist nicht so schön. ы! Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Was? Ja, das konnt ich ja auch nicht gewinnen! Sollte ich das überhaupt gewinnen können? Ich sollte das gewinnen? Ich soll das gewinnen? Der Typ hat nicht gewonnen! Was ist denn das? Schieben! Jetzt mal im Ernst, ich kann den doch nicht besiegen! Der macht mir über die Hälfte schaden, ich mach ihm aber nicht die Hälfte! Oder er ist bad! Aber der hat noch ein zweites! Was ist denn das für ein Gegner? Wenn der nicht dumm ist, kann man das doch gar nicht gewinnen! Der ist schneller und töten! Der ist schneller und töten! Ich bin Flemly! Ich bin Krypto-Flemly! Ich bin schneller! Kryptoschlag! Ich muss jetzt quitten! Ich muss jetzt quitten! Ich bin so gerettet! Ich hätte das verloren, wenn sich das Ding nicht selbst gedamaged hätte! Jaaaa! Mein RNG in dein Gesicht! Ich weiß nicht, ob das RNG war, aber... Wie, was? Ich frage mich auch, wie habe ich dich besiegt?! Du bist broken! Ich fang dich trotzdem! Jetzt passiert was! Was ist passiert?! Hier ist es dunkel! Chillast wurde für eine gewisse Zeit unmächtig! Das ist das Einzige, an das ich mich... Was soll das darstellen?! Ich sollte mich langsam mal umschauen! Außerdem frage ich mich, sah ich schon immer so aus als Mensch? Was ist diese Zeichnung? Oh, falsch gelaufen! Running Shoes habe ich immer noch nicht! Ich bin nicht die Treppe lang gelaufen! So, hier jetzt raus! Ahem, hier! Wow! Ich weiß nicht warum, aber ich bin beeindruckt! Wieso nimmt mich das an einen Strand? Also, es ist zwar auch eine coole Gegend, aber an den Strand erinnert es mich nicht! Schnauern oder nicht! Ich muss das an einer anderen Strand, wo ich mich nicht darum schauke, ver upside down ging. Ich bleibe daran, weil es jetzt ein PS3-User-Name für Yu-Gi-Oh war. Was hast du eigentlich für ein seltsames Haus Da steht ein Schrank mit Waschbecken Da unten nochmal hier stehen Öfen hier nochmal Da stehen drei Schränke in der Reihe Und da hinten ein Bett Du hast auf jeden Fall Einrichtung verstanden Noch kurz hier oben gucken Hier ist noch ein halbes Haus Ich liebe es diese Wand anzuschauen Weil jemand zu faul war mir eine Aufgabe zu geben Aber wenn du schon hier bist willst du was kaufen Also doch nicht zu faul oder Gib mir fünf Gib mir fünf Diggi Nicht während Corona-Zeiten Ich meine So ab geht's Wir wollen ja heute noch ein bisschen was erreichen Ich bin echt gespannt wie es weiter geht Bisher ist es halt wirklich Relativ für mich bekannte Dinge Oh äh Servus Was ist das für eine Welt Du verstehst nicht was ich sage Aber warum Bin ich nicht würdig dass man mich hört Das ist Schicksal Wieso existiere ich dann Muss Antworten finden Du existierst Das bedeutet Waluigi Ich werde euch töten Denn Nur das nicht Nur was nicht Ich kann nicht reden Nur was nicht existiert Darf leben Weil ich nicht akzeptiert werde Ich glaube ich übernehme den Körper Von diesem Typen Euer Ende ist nah Tschüss Ich frage mich Ob es irgendwann In diesem Spiel Eine Episode Oder irgendein Freakout Gehen wird Was brauchst du so lange Ich kann nicht so schnell rennen Wie du Stimmt Nimm endlich die Ah ne Eigentlich müsste es Laufschuhe kriegen Aber hier gibt's Keine Ich kann aber trotzdem rennen Oder Ja mein Name ist Hansa Wie die Luft Hansa Hilfe Mark Was ist hier los Ich erkläre dir das hier Hier kann man sein erstes Pokémon wählen Hinter mir sind drei Pokébälle mit Mons Ich weiß nicht warum Aber ich hab mich erschrocken Ist irgendwas Du siehst hässlich aus Das ist natürlich Am liebsten hatte ich ihm gesagt Ich weiß nicht was ein Pokéball ist Aber Okay Professor Nun stellen sie uns bitte die Pokémon vor Die sie haben Professor Der schläft ja Äh In dem einen Pokéball Sidrobi Im zweiten Flammy und im dritten Cellast Okay Ich nehm Cellast He he Ich nehm Cellast Egal wie Was Er hat sich zuerst entschieden Schnauze alter Na warte Ich und das Cellast kennen uns Ich hab ihn überall gesucht Nö Dann muss ich ihn dir wohl abnehmen Versuch's doch Los fang Wieso Fragezeichen man Das Hydropy bekommen hat Weil Ginji so Günther obtend Hydropy Alter Wär's nicht irgendwie sinnvoller Wenn der Kerl mir Flammy gegeben hätte Ich mein Oh hi Ich Ich arbeite Wieso ich ausschaue wie du Lieg da an Dass Jemand mir meinen Sprite Geklaut hat Wer Flammy nicht irgendwie Gute Kampfmusik Ich mein Ich kämpf gegen nen Cellast Warum krieg ich nen Dropi Das macht in meinen Augen Nicht so viel Sinn Dieser Kampf Wird leicht nervig Und ich verliere den Hä Ich verliere den Wenn ich mich Krütze Dann verliere ich den Oder wenn er nicht nochmal was anderes nutzt Ja noch einer Und ich bin tot Wow Ich kann solche Kämpfe Nicht gewinnen Nächste Runde Sag mal warum gibt der alte Sack mir nicht das Flammy Ich weiß Dass ich keine Chance hab Ich Ich kann das halt Echt nicht Gehren Ich muss einfach Hoppen Dass die KI Irgendeinen Fehler macht Oder ich reinlacke Mit so nem schönen Crit Digga Ich mach halt Keinen Damage Wann kann es sein Dass ich gerade Weniger mache Als letzten Kampf Wo der Panzerschutz Drin hatte Äh Hilfe Ich kann diesen Kampf Nicht gewinnen Ich könnte jetzt Heuler nutzen Aber dann sterbe ich In der Runde danach Oh er nutzt Panzerschutz Aber er tankt Noch einen Dadul Ja Boah Ich musste jetzt Echt drauf Hoppen Dass die KI Wähler macht Hydropi Kriegt Ein Level Lehm Schelle Hätte mir Gegen Schellast Auch nichts geholfen Außer dass es Die Genauigkeit Hätte senken können Gewonnen Was Kannst du auch Was anderes Sagen Diesmal hast du Gewonnen Ja du hast zwar Gewonnen Aber das hält Mich nicht auf Wo bin ich Und wer Bist du Du bist K.O. Geschlagen Und ich bin Deine innere Stimme Was Ich erzähl dir Jetzt alles Was passiert ist Du bist mit Schellast In die Menschenwelt Zurück gekommen Nachdem ihr Die besten Freunde In der Pokémon Welt Wart Und sie Gerettet Hab Aber Pokémon Namens Endlich kann ich Seinen Körper Übernehmen Hat ja lang genug Gedauert Er musste Nur Unmächtig Werden Also Pokémon Mystery Dungeon MMO Wow Wenn ich die Zeit Dann als Gekaborg Genieße Fand ich Keinen Meiner Kameraden Außer Einen Du bist Fragezeichen Mende Soweit Ich weiß Verlebten Viele Dinge Aber Es fühlte sich Wie ein Déjà-vu Erlebnis An Nur mit dem Unterschied Dass Irgendwas Nicht Mit Fragezeichen Men Stimmte Und Dann Geschah Was Ich Mir Gedacht Hab Und Es Passierte Weißt Ich Warum Diese Welt Aufgebaut Wurde Damit Wir Spaß Haben Nein Damit Du Alles Über Pokémon Vergisst Warte Wir dürfen Das Hier Günther Obtains Zora Herzlich Willkommen Zur YouTuber Der Fragezeichen Game Vollversion Mit Pixel Match LP Ich Muss Hier Raus Warum Kann Ich Das Ding Nicht Runter Nehmen Du Musst Das Spiel Zu Ende Spielen Sonst Können Wir Sie Auch Einfach Umbringen Dann Spiel Ich Eure Scheiße Warte Heißt Es Ich Spiel Jetzt Auf Deutsch Ist Guck Man Guck Günther The Broken Story So Wie Ich Jetzt Verstehe Zumindest Die Vollversion Von Fragezeichen Man The YouTuber Game War Oder Verstehe Aber Kanario oder so Stöner Schock Ja, die überleben halt alle nichts Auch die Erfahrung Warum heißt das auch einmal Ultra? Egal, gleich heißt es gar nichts mehr Gary Haben die Pokémon hier einfach andere Namen Als ein YouTuber der Fragezeichen Man-Game Nee, das war doch falsch rum, oder? Nicht Fragezeichen Man-Game Egal, ich bin dumm Der Pixel-Match-LP besiegt Jetzt Pixel Und Matsch Ich muss mich auch nicht heilen Herzliches So, das soll da legt sein Aber was ist jetzt los? Danke, dank dir kann ich einen Weg finden Zurück in eure Welt zu kommen Was ist los mit dir? Fragezeichen Man So, ein Virus scheint sich reingeschlichen zu haben Eliminiert ihn sofort Die Kapseln haben dann aber keine Energie mehr, damit sie am Leben bleiben Egal, eliminiert den Virus und starte die Kapsel neu Glaube an das Herz der Karten, Yugi Entschuldigen Sie sich Wieso? Ich bin erst in Fahrt gekommen Endlich bist du wieder wach Was zur Hölle? Du wurdest K.O. geschlagen, nachdem dir Chillast gestohlen wurde Okay, ich nehme die Verfolgung auf Also, ich verstehe das jetzt so Dass das jetzt so ein bisschen Erstmal die Storys aus Pokémon Günther the Broken Story sind Die so parallel verlaufen Äh, warte Kannst du den Pokédex mitnehmen und Team Rocket irgendwie? Wer ist Team Rocket? So ein paar Opfer Dann halt nicht Kein Ernst Ja Günther hält den Pokédex Na dann auch Du solltest Hä? Sorry, dann passe ich halt auf Wenn ich nächstes Mal aus der Tür rausgehe Speisern Speisern Ja Das Fragezeichen Wie auch immer das erste da hieß Du hast mich angesehen Ich bring dich um Irgendwas stimmt glaube ich hier tatsächlich mit der Musik nicht Mehl Ich hinterfrage es nicht So kipp Mein Tegel ist stärker, oder? Wie ist es dir? Heu leiser So Zurücklehnen Okay Es senkt die Genauekeit Also Ich weibe Den juckt die Genauekeitssenkung auch nicht, oder? Kann sein, dass dieses Hydropy ganz schön kacke ist Critical Ich würde sagen Ich bin für heute hier fertig Das war's mit der heutigen Folge von Pokémon Günther The Broken Story Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht Schaltet beim nächsten Mal wieder ein Bis dann Und ciao